Also, ich muss schon sagen, die kleine Schneidermamsel entwickelt sich immer charmanter. Und ich muss sagen, eure Majestät sind von Stunde zu Stunde galanter. Naja, ich sag ihr doch sicher nichts Neues damit, wo sie doch jeden so quallt. Wer ist? Naja, sie ist so eine kleine Hex. Ja, wer sagt denn das? Na, ich denk mir's halt, ne? Also, ich schwör ihr, dass sie die schönsten Augen, also die schönsten, die es nur gibt, hatten. Und das sagen Majestät mir am selben Tag, wo sie sich in eine andere verliebt haben. Passend's auf, wenn ich wie ihr Vater ein Maler wär, na sie, dann hätt ich sie sicher gemalt. Mir scheint, Majestät, sind ein kleiner Pilug. Jö, sie, wer sagt denn das? Ich denk mir's halt. Ach, das denken sie sich. Also, sagen sie, das Leben einer Schneidermamsel, das muss doch eine schreckliche Plag sein, ne? Wieso? Na, hören sie die ganze Nacht nehmen. Warum? Es kann doch auch bei Tag sein. Ach so? Und dann am Abend im Mondenschein, was? Da trifft man sich heimlich im Wald. Man sitzt auf einem Bankerl, ne? Na, man küsst sich dabei. Ja, wer sagt denn das? Na, ich denk mir's halt, ne? Aber sagen Sie, Majestät, was mich sehr interessiert. Das Regieren muss doch sehr strapaziös sein. Na, wissen Sie, leicht ist es natürlich nicht. Aber man gewöhnt sich dran. Man darf halt vor allem nie nervös sein. Man muss seinen eigenen Willen haben als Träger der Herrschergewalt. Und zum Schluss schiebt ja doch, was die Mutter bestimmt. Schie, wer sagt denn das? Ich denk mir's halt. Na, sowas. Jetzt muss ich schon endlich zu meinem Castan. Warum? Denn bewacht doch draußen der Posten. Aber wenn er trotz des Postens verloren geht, kann's ja meinen Posten mich kosten. Passen Sie auf, in dem Fall, kommen Sie einfach zu mir. Bei mir kriegen Sie einen besseren Gehalt. Sie, ich zerreiß alle Hemden. Und Sie werden es nähen. Ha, ja, wer sagt denn das? Na, ich denk mir's halt, ne?